So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich etablieren eine Geräteverbindung in der Nähe des abgestürzten I.O. Luftschiffs. Warum auch immer wird mir das nur gerade nicht angezeigt. Also, warte mal, ich bleibe mal gerade hier ein bisschen länger in der Luft. Das war einmal hier, einmal da und da war das angezeigt. Oder hier auf der kleinen Insel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Warum das mir jetzt gerade nicht mehr angezeigt wird, keine Ahnung, Leute. Ich weiß nur, auf jeden Fall, hier kommt mir eine angezeigt. Wie gesagt, wie immer beim Etablieren, einfach hinfliegen. Ihr achtet immer auf die Minimap, wo ihr das Ganze seht. So, wir gucken mal gerade. Achtet auf die Minimap. Wie gesagt, ich weiß immer selber nicht, wo es ist. Ich muss immer erst mit euch gucken. Ich hol jetzt extra den hier, aber ich war doch hier. Na? Hä? Ach, da wird es angezeigt. Ah, ich sag ja. Zack. Da ist das Ganze. Und direkt wieder durchziehen. Weil wir wissen ja, wir hören zu. Also, wir sollen Zeppelin plündern. Ich würde sagen aber, wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Ich gucke dann mal, dass ich die Aufgabe jetzt so langsam gemacht bekomme, wenn die ganzen Idioten mal weg sind, damit ich eine vernünftige Aufnahme für euch habe. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.